Vorhang auf, Bühne frei für die Champions League Saison 2023-2024. Sané, ah, dann der Fehler, aufgepasst Kimmich. Die Chance im langen Posten und der Nachschuss ruhig hält. Sané läuft nach innen, Harry Kane im 16er zurück auf Sané. Der Abschluss, Tor! Sané im Glück, Torwart Frieder und einer 1-0 Bayern. Musiala gegen zwei, hält den Ball, legt auf und Gnabry, 2-0! Serge Gnabry, 2-0, na also! Ja, macht er und dann versucht er es! Rashford, Reguillon, der hat relativ viel Platz. Spielt den Ball nach innen, dann der Pass in den 16er! Oh, riesen Chance! Nächster Ball, aufgepasst in die Mitte! Und dann ist der Ball abgefälscht und da ist der Anstoßtreffer! United mit einem Start nach Maas, nach Wiederanpfiff. Kimmich von links auf den langen Posten, da ist Super Meccano. Und das war ganz klar gegen den Arm von Eriksson. Kane läuft an und Kane trifft! Links unten! Musiala gegen zwei Minuten. Also dem schaue ich so gern zu, der lässt den dritten stehen. Und dann passt er in den Lauf! Und Sané, Sané, Posten! Oh, was für ein Pech! Ferranc, dann quer. Aber die Bayern können dann doch nicht klären. Und dann ist der Ball drin und es heißt nur noch 3 zu 2! Und Tell, jetzt wieder! Tell, Tor, 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 Tell! Freistuss ist freigegeben von rechtsgefährlich nach innen, der Ball ist drin, das gibt's doch nicht! Und jetzt ist es aus! Der FC Bayern gewinnt die Auftaktpartie! Champions League, zweiter Spieltag. Es geht in die dänische Hauptstadt Kopenhagen und man ist zu Gast beim FC Kopenhagen. Coman legt den Ball auf den rechten Fuß, kann abschießen, Coman, abgeblockt! Zentrale Position. Leimer, Leimer steckt durch auf die rechte Seite, zu Sané, Sané! Und dann ist in letzter Sekunde Birger Mehling da. Coman knapp außerhalb und Kimmich! Da visiert er den Winkel an den Torwinkel. Im 16er legt den Ball auf den rechten Fuß, Kimmich klären, Nachschuss! Und der Ball ist im Tor! Jetzt laufen die Bayern einem Rückstand hinterher. Zentrale Position, 25 Meter vor dem Tor. Musiala wird behakt, bleibt drauf. Musiala! Der schweißt das Ding unten rein! Das war eine Willensleistung! Und da geht Jogo Goncalvesch durch. Und dann lässt er sich fallen. Riesenchance, El-Junussi, den muss er aufs Torn bringen, den muss er machen. Müller, Flanke. Und er geht knapp rechts vorbei. Auf Ballverlängerung und die Ermöglichkeit für Thomas Müller. Thomas Müller im 16er, Thomas Müller setzt sich in Ergestürm. Spiel zu Teltel, haut den Ball ins Tor! Unglaublich! Die Führung für den FC Bayern München. Riesen Vorarbeit von Thomas Müller mit all seiner Erfahrung. Und eine Franke von der rechten Seite von Kopenhagen. Da steigen sie hoch und dann... Ulreich! Sven Ulreich mit einem riesen Tag! 2 zu 1 gewinnt der FC Bayern München in Kopenhagen. Und am Schluss ein riesen Sven Ulreich. 3. Spieltag in der Champions League. Der FC Bayern zu Gast bei Galatasaray Istanbul. Die Bayern über die linke Seite. Sané legt quer im Strafraum. Da ist Koman, Koman mit der riesen Chance. Tor! Der King hat wieder zugeschlagen. Achte Spielminute. Die Bayern gehen in Führung. Die Gastgeber über die rechte Seite. Und Ulreich mit einer Sensationstag! Flying Ulle! Der Ball auf die rechte Seite. Flanke flacht nach innen. Sven Ulreich. Da hat er riesen Glück. Langer Einwurf. Und dann die Verlängerung. Am Pfosten vorbei. Überzahlspiel am 16er. Rüber. Da hat auch nicht viel gefehlt. Diese 1 zu 0 Führung ist unverdient. Aber schon ganz schön glücklich. Von der linken Seite kommt der Ball nach innen. Es gibt Elfmeter. Icardi gefoult. Jetzt das Duell. Mauro Icardi gegen Sven Ulreich. Und er chippt ihn rein in die Mitte. 1 zu 1. 30. Minute. Wer passt? Und riesen Chance! Knapp am Pfosten vorbei. Koman in Richtung 16er. Da bringt er den Ball in die Mitte. Sané drüber! Leroy Sané. Halblinke Position. 8 Meter. Und da ist es Sané. Spitzer Winkel. Und er prüft den Keeper. Keeper. Muss Lehrer. Gute Aktion. Koman hat den Ball auf der rechten Seite zu Massenraoui. Flach nach innen gespielt. Musiala schaut auf. Nach innen wieder Hacke. Tor! Harry Kane trifft noch, haben wir gesagt. Und der macht es natürlich! Harry Kane mit auf der linken Seite geschifft. Spielt in die Mitte. Da ist Musiala. Musiala! Tor! 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 3-1! Eiskalt! Der FC Bayern München mit keiner Gala gegen Gala, aber mit kühlem Kopf und hocheffizient. Gewinnt mit 3 zu 1. Vierter Spieltag. Die Bayern sind heute mit einem Punktgewinn zum 16. Mal in Folge in die K.O.-Phase einzig. Halblinks. Schießt Kane. Erste Chance für die Bayern. Fünfte Spielminute. Passt aufgepasst. Sané mit der Chance. Sané vorbei. Und Kipane noch nicht vorbei. Irgendwie hat es Musiala geschafft, noch aufzutauchen. Alle Feldspieler in der Hälfte von Galatasaray. Guter Ball auf Koman. Ich glaube außerhalb des Sechzehners, der Sida Musiala im Sechzehner legt sie mal auf den linken Fußschuss. Und wieder vorbei. 3 gegen 3. Auf Sané gespielt. Sané im seltener Sané. Spitzer Winkel. Und er scheitert. Ja, so spitz war der Winkel gar nicht. Toller Gegenzug. Sané kommt nicht. Angus Lera vorbei. Abstoß vom Tor. Schnell ausgeführt auf Boyer. Der wird gestört von Davis. Kann der Ball gut durchstecken. Zierk nicht im Abseits. Da ist Uta Mekano dran. Zierk steckt durch. Auf Icani. Icani. Ja, und ein riesen Tag von Manuel Neuer. Flanke. Kopfball. Und Harry Kane an den Pfosten. Ein Mannmauer bei den Gästen. Kimmich läuft an. Kimmich mit Gefühl. Tor! Harry Kane! Kimmich mit dem Freistoß. Harry Kane per Kopf. Streichelt den Ball. In die linke Ecke. 1 zu 0. Da ist Müller von Kane bedient. Müller zieht auf der linken Seite. Passt wieder zu Kane. 2 zu 0. Super Spielzug. Dieter Steckpass. Müller. Müller. Und... Chipball in den Lauf. Und Spitzer Winkel. Der Ball ist ein Tor. Tatsächlich. Bakambu. Es war ein ganz, ganz harter Fight auf Augenblick. Aber die Bayern mit dem 4. Sieg im 4. Spiel in dieser Saison. Mit einer überragenden Choreografie der Bayern-Fans geht ins 100. Europa-Fokalspiel in der Allianz Arena. Kimmich mit dem Pass auf Coman. Kopfball, Quervorlage. Und dann ist der Tell. Hau drauf! Riesenchance! Ja, der rutscht ihm tatsächlich über den Schlappen. Und jetzt der Durchschnittpass. Und die Möglichkeit. Riesenchance. Kopenhagen mit der 40. Und der Ball geht knapp vorbei. Jetzt aber erstmal die Bayern-Climber. Kann er die Flanke schlagen. Auf die lange Pfosten. Kopfballmöglichkeit. Tell am Tor vorbei. Müller! Und die Riesentat von Klamara. Der Kopfball von Müller. Den habe ich schon dringesehen. Stumm, die Kopenhagen. Ja, komm. Achtung, sie kommen durch die Mitte. Schuss! Boah, war das knapp. Der hat den Außenpfosten noch touchiert. Gnabry muss den Verteidiger spielen. Gelingt ihm nicht so, wie er das vorhat. Gute Solo. Schussmöglichkeit! Auf die kurze Poste. Gefährliche Aktion! Alphonso Davies ist im Sechzehner. Mit dem Haken dann spielt er zurück zu Kane. Und er prüft einmal mehr Rabara. Bühne frei für den Freistoß. Die 72. Minute hat was von Showdown. Sané! Und da war Rabara mit den Fingerspitzen noch dran. Eckball für den FC Kopenhagen. Und dann geht es noch mal mächtig zur Sache. Linke Seite kurz ausgeführt. Elgen Nussi auf den langen Pfosten. Kopfball. Und da muss man noch in der Runden gehen. Nachschussmöglichkeit. Noch mal Neuer. Und noch mal die Riesentat. Kimmich noch mal auf die linke Seite. Zum ebenfalls eingewechselten Franz Krenzig. Jetzt gibt es den Ende. Und Krenzig holt ihn raus. Aber auch das wird gecheckt. Sie sagt keine Wetter. Am fünften Spieltag trennt sich der FC Bayern und der FC Kopenhagen. Mit 0 zu 0. Sechster Spieltag in der UEFA Champions League. Im Theater of Dreams in Old Trafford. Die Verlagerung auf die linke Seite. Luxon hat nicht geraumt. Schuss! Und Manuel Neuer reißt die Fäuste hoch. Glacid von Coman und er wird da noch gegen die Bande gecheckt. Und jetzt kochen hier ein bisschen die Emotionen hoch. Ja, ist ganz eng. Da hinten Linie und dann hast du maximal zwei Meter vielleicht. Sané spielt Musial an. Guter Doppelpass. Sané, Sané, Schichtoff! Leroy Sané! Nochmal klär! Und dann nicht das Tor! Super Reingabe! Und dann in der Mitte verpasst Sané. 0 zu 0 nach den ersten 45 Minuten zwischen Manchester United und dem FC Bayern München. United kommt über die linke Seite. Scharfe Reingabe! Und super geklärt vor dem Tor von Manuel Neuer. Jetzt mit dem Pass auf Kimmich. Kimmich mit dem Ballverlust vor dem 16er. Und Fernandes mit dem Schoß in dieser 54. Minute. Goretzka. Goretzka will durchstecken. Der Ball flutscht nicht durch. Doch jetzt! Komm an! Machin! Tor! 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 Kicksling! Komm an! Harry Kane steckt den Ball durch. Und dann bleibt er sowas von cool. Aber jetzt auf der anderen Seite! Der lange Ball! Aber Manu ist da! Langer Ball! Und Neuer bleibt ganz ruhig stehen. Ja, und pflückt ihn vor den Gegner ab. Kimmich auf Kane! Boah, das Wagner hat schon drin gesehen, den Ball. Und jetzt ist es fix. Der FC Bayern München gewinnt das abschließende Gruppenspiel. Mit 1 zu 0. Fünf Siege, ein Unentschieden. Macht Platz 1. Wir sehen uns wieder im Achtelfinale. 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 Wir sehen uns wieder im Achtelfinale.